Ritchie und Eddie Laden Sie ein Willkommen Im Gästhaus Paradiso Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen Guten Morgen Bester Service Ich bin eigentlich ausgebildeter Gynäkologe Ja, genau genommen bin ich ein Amateur, aber ein leidenschaftlicher Sieh her, hier ist ein Stift für dich Bestes Essen Ich denke, ich nehme den Fisch Kluge Entscheidung Dürfte ich erfahren, woher Ihre Eier kommen? Aus Hennenvaginas Friedlich und ruhig Ich bring Ihnen dann gleich das Gepäck nach oben Mäuse Hey, hey, stecken Sie einen Gruß von mir mit rein Und wenn Sie zu müde werden, keine Panik, dann rufen Sie mich an Ich komme hoch und gebe es ihr selber Das meine ich ganz ernst Hier läuten die Glocken Ich läute hier immer die Essensglocken Die Essensglocken? Genau die Sie sind noch größer Auf dieser Leinwand Bezahlen Sie, um einzuchecken Nein, nein Beten Sie, um auszuchecken Was hast du denn los gemacht? Kerze in das Auge In Ordnung Das machen Sie, um auszuchecken